Was geht ab, Leute, NerdeLerdGames und willkommen zurück zu Resident Evil 6. Weiter geht's. Benommene Gegner. Immer gut. Piers. Sir? Was ist aus Ada Wong geworden? Sie erinnern sich. Captain? Wo ist sie? Sie ist die Anführerin von Neo Umbrella. All diese Terroristen... Ist sie in dieser Stadt oder nicht? Sie wurde mehrmals gesehen, seit die Angriffe begonnen haben. Ja, sie ist hier. Geben Sie das Kommando zum Abhören. Zu Befehl. Jawohl. Wir werden Ada Wong auf jeden Fall zur Strecke bringen. So eine falsche Schlange. Fahren Sie zur Hölle, Wong. So sieht's aus. Ich hätte es nicht besser sagen können. Und er macht hier das einzig Richtige. Er verbrennt nämlich all die ganzen Viecher hier, damit die nicht schlüpfen können. Perfekt. Okay. Wo gehen wir denn weiter? Wie immer sollten wir uns erst umsehen. Ganz, ganz wichtig. Kann überall was rumliegen. In den kleinsten Ecken, wo man es gar nicht vermutet. Ja, der macht's richtig. Schießen wir den mal auf den Tank. Gucken, wie schön der laufen kann, wenn er brennt. Oder ihm. Nein, Quatsch. Würde ich nie tun. Oh, shit. Riesige Schlange. Wow. Das war doch unsichtbar. Los geht's. Jagen wir dieses riesige Viech. Wow. Wow. Das dauert einfach so eine riesige Schlange aus dem Nichts auf. Umbrella hältst auch wirklich alles auf uns. Oh, shit. Riesige Blutspur. Oh, shit. Okay. Das sieht nicht gut aus. Ich würde mal sagen, wir folgen der Blutspur. Aber ich ziehe mich nochmal hier so ein bisschen um. Da hinten. Ich wusste es. Wir sollten vielleicht nicht die Waffe dafür benutzen. Okay. Nach dieser Mission werde ich auf jeden Fall meine Fähigkeitspunkte wieder upgraden. Da hatte ich irgendwie das letzte Mal gar keine Chance zu. Komisch irgendwie. Und wie ihr natürlich schon gesehen habt, habe ich natürlich Untertitel für euch angemacht. Gar kein Problem. Jawohl. Ich habe irgendwas gehört. Oh ja. Nur ein Messer-Typ. Der soll mal herkommen. Noch einer. Na komm. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Hab ihn. Rreck. Der ist noch nicht ganz tot. Und ein Knackenstoß. Ganz wichtig. Wenn wir Gegnern mit Messern begegnen. Hört sich sehr gut an. Ganz wichtig dann, das Messer zu zücken. Keine Munition unnötig hier verschwenden. Die können wir dann gegen die größeren Brocken verwenden. Okay, sehen wir uns mal hier so ein bisschen um. Vielleicht steht hier oben irgendwas. Nö. Wow. Genauso was meinte ich. Oh, ich wollte gerade wegspringen. Oh. Okay, jetzt muss ich hier aber raus. Hab ihn. Bei ihm können wir also auch kontern. Das wusste ich nicht. Beide erwischt. Sehr gut. Bisschen Schaden genommen. Oh, Munition für meine Schrotflinte. Die werden wir auch schon. Okay. Hinter der Tür wartet schon irgendwas auf uns. Die haben Waffen. Geht doch hier in Deckung. Dazu werde ich garantiert, die meine Pumpgun verwenden. Wow, der mutiert ja komplett. Okay, wir müssen auf die Köpfe schießen. Da sind die extrem verwundbar. Da packe ich auch mal gerne meine Pumpgun aus. Keine Munition verschwenden. In die Entdeckung. Warten wir, bis das Viech ein bisschen näher kommt. Was zum Teufel sind das denn für Fäden? Davor sollten wir uns auf jeden Fall fernhalten. Auf mit so einem Scheiß. Ganz überhalten. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Nicht unnötig. Schaden nehmen. Dann mutiert er schon wieder. Für die Viecher packe ich gerne meine Pumpgun aus. Kacke. Jetzt wird man daneben geschossen. Wie geht das denn? Gut, gut, gut. Oh, irgendwas hält mich fest. Komm schon klar. Da liegt eine Handgranate. Na, mutiert auch. Okay, zweimal sogar mutiert. Ich bin ja immer brutaler. Komm, ich schieße doch schon auf den Kopf. Ah, wahrscheinlich ist der Kopf da hinten. Nicht dieses riesige Teil da vorne. Das ist der Kopf. Ah, keine Funktion mehr. Die Handgranate nehmen wir doch gerne mit. Wollte schon sagen. Soll ich dir helfen? Die gucken wir meistens alleine, klar. Zehn Schuss. Ich hab mal ein Kraut gefunden, hey. Was hab ich denn Schönes hier drin? Ja, das können wir mal kombinieren. Perfekt. Was haben wir hier? Erste Hilfe-Spray, hey. Langsam läuft's doch. Roger! Klava. Die Fiecher sind relativ brutal. Sie leben. Sie verschwanden vor sechs Monaten in Edonia. Sie verschwanden vor sechs Monaten in Edonia. So sieht's aus. Jetzt können die Idioten auch noch Helikopter fliegen. Das wird ja immer geiler. Die haben noch nicht mal Umbrella-Uniformen an gar nichts. Aber die sind von Umbrella. Sie sind so fähig. Oh ja. Auf jeden Fall. Die sind komplett eingekesselt. Wir müssen ihnen helfen. Okay, der schießt so lustig auf den Boden. Der ist den Heli. Was anderes können wir auch gerade nicht machen. Fuck, 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 sag ich dazu nur. Ich glaub, ich bleib hier oben. Gebt er direkt um? Danke. Keine Mutation. Oh, irgendwie rasiert mich hier. Da kann's mal schön sein lassen, scheiß Helikopter. Oh, da haben wir einen Idioten. Wir erledigen die Feinde. Danach sind sie auf sich selbst gestellt. Komm mal her. Und der Gnadenstoß. Ah, ist schon tot. Ich muss hier weg. Der Helikopter nervt. Ich muss irgendwie nach unten. Ich wollte eigentlich hier... Oh mein Gott, was ist denn das denn für Viecher? Wie gesagt, Munition sparen. Bleib liegen. Die sahen aus wie so... Willst du den Namen vergessen? Halb Spinne vielleicht? Und halb Mensch hatten wir schon. Die sahen irgendwie aus wie halb Pferd und halb Mensch. Ha. Ich konnte nicht genau sehen, was das für Viecher waren. Hm. Ich such grad hier nach irgendetwas. Geh mal hier weiter aus. Und niegeln sehen. Reed, schicken Sie die Daten ans HQ. Schon dabei, Sir. Vorsicht. Die können nicht gut springen. Nicht aufgeben. Diese Arschlöcher haben... Das sind sie. Ich nehme sogar Waffen in der Hand. Oh, 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 oh. Wenn die Viecher mich anspringen, verliere ich garantiert super viel Energie. Oh, shit. Ich muss hier weg. Oh, der kommt nicht klar. Komm. Sauber. Und weg mit dir. Oh, 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 oh. Shit. Der Helikopter ist einfach zu krass. Muss Heilung erfolgen. Mal schnell. Da haben wir noch was. Kosten. Munition. Hier hinten ist nix. Kommen wir da weiter? Äh, nö. Oh, ein Idiot. Hab dich. Oh, noch mehr von denen. Oh. Oh mein Gott, ich hatte doch nur drei Leisten. Mit einem Tritt macht er mich fertig. Das ist echt krass. Bleib bloß liegen, du Mistviech. Perfekt. Schnell heilen. Okay, wie kommen wir hier runter? Wir müssen zu denen. Wahrscheinlich kommen wir gar nicht runter. Mein Helikopter nervt so gewaltig. Versuchen wir den Rest der Viecher auszuschalten von hier oben. Ich hab da oben, glaub ich, was verpasst. Da kommen noch mehr. Ich hab ja gar kein Ende. So, hier unten. Ab ihn. Einfach alle ausschalten. Oh, shit. Oh, nochmal springen. Komm schon, komm schon, komm schon. Halt still. Schnell aufstehen. Ich fließe besser auf den Körper. Oh, nein. Das Sprungssystem ist echt sehr praktisch. Das ist der letzte. Können wir aber leider nur anwenden, wenn wir halt anvisieren oder halt rennen. Rennen, dann sliden wir so lustig. Wie hier. Aber wenn wir stehen und anvisieren, können wir so zur Seite springen. Und sogar liegen bleiben. Und sogar rollen. Fiech drauf. Komm, der Helikopter muss sich drehen. Jawohl. Oh. Wow. Gott. Knapp überlebt. Warum auch immer. Das wäre zu einfach. Los, weiter. Captain, wir sollten die beiden begleiten. Ohne Hilfe werden sie nicht überleben. Wir rücken ab. Los geht's. Wir sprengen die Tür auf.